Und damit herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder mit dabei seid, diesmal bei 2Batillionen Commander gegeneinander. Den Link für das Spiel werde ich euch wieder unten in die Beschreibung reinhauen. Ihr könnt ja versuchen, innerhalb von 15 Minuten mich und Kler zu schlagen. Auf der anderen Seite werdet ihr Kler sehen, wie er sich in diesem Spiel schlägt. Worum es hier geht, ist eigentlich nur vorwärts kommen. Das Ding, was ihr steuert, das Männchen schießt automatisch und ihr versucht einfach vorwärts zu kommen. Wir haben wieder wie letztes Mal 15 Minuten Zeit. Und wer in dieser Zeit halt am weitesten gekommen ist von beiden, wird der Sieger sein. Ihr könnt natürlich dann zu Hause auch versuchen, um also ehrlich zu sein, 15 Minuten zu schaffen und uns dann mit Screenshots zu zeigen. Hey, schaut euch das an, das habe ich gerissen. Natürlich müsstet ihr da ehrlich sein, weil das können wir schlecht nachprüfen. Ich hoffe, ihr findet Spaß daran. Ich werde jetzt erstmal hier dann mal auf New Game gehen. Und Kler bist du jetzt auch drauf. Naja. Dann auf 3 machen wir Play, okay? War es jetzt schon was, wenn ich auf New Game drücke? Nee, nee, dann musst du nochmal auf Play drücken. Dann kannst du sowieso nichts machen, keine Upgrades und sowas, hast ja keine Kohle und so. Und ich würde sagen... Dann kann ich jetzt auf Play drücken. 3? Ich würde sagen... Warte, warte. Warte, gleich sage ich Go. Wenn ich jetzt auf Play drücke, geht es los? Ja, ja. Und Go. Okay. Jetzt genau 15 Minuten. Und jetzt seht ihr das hier. So werden wir aussehen, beziehungsweise so seid ihr das Männchen. Und das schießt automatisch. Ich brauche nicht drücken. Und wir müssen halt einfach nur vorwärts kommen. Punkte sammeln. Kameraden aufsammeln. Und an der Seite seht ihr die Anzeige, wie viele Meter wir gekommen sind. Da seht ihr dann zum Beispiel Kler und mich, wer jetzt gerade wie weit ist. Und wir haben auch... Ja, man kann halt hier Leute anheuern, beziehungsweise befreien. Und dann hat man Kameraden an der Seite mit dabei. Und ja, wer da als erstes hier, oder beziehungsweise weiterkommt in den 15 Minuten. Wir haben jetzt bei 1.20 Uhr angefangen. Das heißt, bei 16.20 Uhr bei der Aufnahme müssten wir aufhören und gucken, wer wie weit gekommen ist. Gott, Alter. Die F... Alter, komm, voll die fetten Wellen, Mann. Ja, musst du ein bisschen dodgen und ziehen und weiß da gar nicht was. Also, alle abknallen kannst du eh nicht, Mann. Nee, nee. Alle abknallen ist, glaube ich, nicht so wirklich möglich. Oh, bam. Und umso mehr du hast, umso mehr Leute du dabei hast, umso schwieriger ist es auch, alle zu beschützen, ey. Wo ist das? Beziehungsweise alle dodgen zu lassen und so. Und du kannst... Nein, ich bin tot. Also zwischen den Runden, du startest jetzt einfach neu und versuchst, wieder weiterzukommen. Es geht nur darum, wie weit wir kommen. Und du kannst auch mit Kohle und so, kannst du ja Upgrades kaufen, ne? Bessere Waffen am Anfang und sowas. Und ein Manniken gleich mit dabei von Anfang an und so. Und sowas alles. Toll, dass das mir natürlich schon auf okay drückt, ja. Was ist das denn für ein Auto? Oh, was ist das denn für ein Flammeer-Apparat, Alter? What the fuck is hier los? Was ist eigentlich, wenn man eine Runde schafft? Ich glaube kaum, dass ich jetzt hier eine Runde schaffe, aber wow. Die steigen überall aus und jetzt kommt auch noch schon das Flugzeug hier, Alter. Ich werde verrückt. Das Ding ist, Leute, einfach, ihr könnt natürlich auch hinter sie rennen, so wie ich jetzt gerade. Aber dabei ein riesiges Problem ist, dass sie dann von hinten euch abschießen und ihr könnt euch sozusagen nicht... Wow, die fucken mich ab! Mission failed, schnell Neustart hier. Neustart, Neustart, okay. Upgrades. Und jetzt bessere Waffen, komm, zack, werden gekauft. Und das auch. Und los geht's, play! Da steht jetzt mein Rekord, beziehungsweise mein Bestes ist jetzt 353 Meter Clirt. 353. Kannst du das schlagen? Ich weiß nicht, wie viel ich habe beim Rekord. Wo steht das? Da unten neben diesem... Bess 297, ja. Und du hast auf Leertaste auch noch die Waffe, die sich unter diesem A10.com-Dings auflädt, ist dann eine Spezialwaffe. Auf Leertaste löst du das aus. Alter, alle meine Kameraden sind instant gestorben, Mann. Die sterben richtig schnell. Die haben viel weniger HP als du selbst. Ja. Na, war auf, du Feind. So. Oh nein, Flugzeug. Bei einem Bunker, kann man den zerstören? Dauert vor lange, irgendwie, den Bunker zu zerstören. Nein, ich bin tot. Wie viel habe ich geschafft? Okay. Okay. Auf OK drücken jetzt oder was? Und das kann ich jetzt upgraden. Ja, bei Upgrades kannst du upgraden für die Kohle, die du hast. Ja, bei Upgrades. Ich schaffe es vielleicht, diese Runde meinen Rekord zu schlagen. Ich habe jetzt noch die Uhr ready. Ich habe mir... Kann ich noch irgendwie was besseres upgraden? Ja, kann man nicht mehr. Ich bin jetzt gar nicht mehr. Oh mein Gott, ich bin gestorben. Ich laufe in der Zeitlupe in eine scheiß Granate rein. Bin ich eigentlich dumm oder so? Bäm, gleich weiter hier. Päm, 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 päm. Ja, das bist du. Aber das wissen wir ja schon auch. Das wissen wir ja schon lange. Scheiße, scheiße. Weil der türkische Kamerad hat trotzdem noch eine scheiß Waffe. Du kannst ja noch bessere Kameraden später kaufen. Die haben dann von Anfang an bessere Waffen. Habe ich irgendwie, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich habe mir jetzt meinen, diesen einen gekauft, dass du, der halt, ja, Granaten wirft mit dem Granatwerfer. Ja, den Grenadier hast du doch geholt, ne? Grenadier, ja. Ja, den habe ich ja auch geholt. Das ist ja auch schon der auf Stufe 2. Ja. Welche Stufe du upgraden kannst, hängt ja von deinem Level ab. Also von diesem, den Rang, den du hast. Ich bin voll die ersten Gruppe, Mann. Bin gespannt, wie weit man kommt in 15 Minuten. Ey, eben war ich so kurz davor, meine 353 Meter zu schlagen. Bei wie vielen Metern bist du? Bei 130. Oh Mann, dann habe ich dich noch, ey. Noch habe ich dich, Clir. Sagst du das? Oh. Kann man irgendwie schneller voran? Ne, dann brauchen wir immer die gleiche Meter anzahl. Immer die gleiche, ja. Nicht dein Leertasten-Item vergessen. Nein. Ich habe ein Leertasten-Item. Wie gesagt, Mann. Was man denn damit? Was sich da auflädt? Also du kannst es später, kannst du ja auch neue kaufen. Zum Beispiel macht das die Zeit langsamer. Und es lädt sich halt mit der Zeit auf. Ich weiß nicht, was da der Grund für ist, dass es sich auflädt. Vielleicht auch Kills oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich bin bei 300 Meter. Gleich schlage ich meinen Rekord. Aber jetzt fangen auch die Gegner wieder an, heftiger zu werden, ey. Toll. Du sagst mir jetzt erst, dass man noch Flash-Hast-Dings hat. Ne, nicht jetzt erst. Das habe ich schon vor lange gesagt, ey. Diese Flammenwerfer-Tippen sind übel, ey. Wo soll ich denn, wie ich das auflädt? Wo ist das denn? Da oben. Unter diesem A10.com, Ding. Das ist die Zeitlupe. Ich bin jetzt auch schon mega viel, Alter. Zwei Granat-Granat-Typen. Zwei Riffle-Leute, ich. Wir sind ziemlich viele. Und ich habe 390 Meter, Clare. 390 Meter. Bei mir hört langsam auch schon der Schnee auf. Das glaube ich, dass da einfach so Bunker auf einmal spawnen, wo Leute rauskommen, das ist so dämlich. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein fucking Gott, oh mein fucking Gott. Wow, wow, bros, 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 alter, bros, 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 fuck, fuck it, alter. Hm, was ist los, bist du gestorben? Wow, der explodiert, wenn man zu nahe kommt. Ich bin aber bei 484 Metern gestorben. Wenn ich jetzt 445 Meter hab, hab ich eigentlich unbedingt nicht gewonnen oder nicht? Bis jetzt, ich kann dann ja halt noch, äh, auch noch was schaffen. Wann haben wir angefangen? Bei 1,20, heißt 16,20 ist Schluss, ne? Ich muss da auch ein bisschen drauf achten. Wir haben noch 8 Minuten, hier was vorzulegen. Zack, zack, zack. Alter, 484 ist mein Rekord jetzt. Oh mein Gott, kommen jetzt viele. Wie viele hast du jetzt? Oh mein Gott, die Flammen wäre von alles. Ja, ja, das wird richtig heftig. Ich kann nichts upgraden. Was ist denn, Mann? Wie viel Meter ist dein Rekord? Ja, er hat nichts upgraden. Mein Rekord ist... 335. Oh, Maka, da hast du noch ein ganzes Stückchen. Ich habe fast 500 geschafft. Fast 400, 444, Mann. 484. Ach so. Oh ja, Mr. Clear. Oh. Ich glaube, diese Runde läuft auch wieder. Na gut, ich bin erst bei 200 Metern, ey. So. Sieht doch schon mal gut aus bisher. 100 Meter bin ich schon mal erreicht. Und 3.000 Leben verloren. Ich bin doch voll guter... Oh, wow. Ey, was ist das für ein Krankenwagen-Typ? Oh, wow. Wow. Ey, die Typen, Mann. Die sind voll total drauf. Wow, zwei. Wow, was? Zwei verdammte Flugzeuge nebeneinander. Wollt ihr mich eigentlich mobben? Ey, wie krass ist das denn? Das ist doch unglaublich. Puh, 484 Meter, Alter. Ich habe noch 6... Ich bin tot. 6 Minuten 20 haben wir noch. Ist das... Kann ich jetzt mal wieder was upgradeen? Ja. Das sind 500, Alter. Wir haben noch 6 Minuten 20. 6 Minuten 20 hier die Rekorde aufzulegen. Onderzulegen. Oh und grenadier... Gənadier... Gn concern... Gn 화장... Gnitat... Wurde sterben. Da. 100 Meter. 100 Meter. 100 Meter. Oh Gott, ey. So ein paar an dir vorbeiziehen und dich von hinten auch noch anschießen, dann ist das übelst schwer, als sie dort stehen. Ja. Wow, fuck it, ey. Leute, ich kann die an der Seite jetzt gar nicht mehr abschießen, ey. So. Komm schon, Alter. Ich muss Kler besiegen. Ich darf dich gegen ihn verlieren, Alter. Kler ist noch lange. Dauert noch lange, bis du mich verloren hast, ey. Du bist halt ein Nap, ey. Nap. Oh mein Gott, ein Blutzeug. Ich bin jetzt bei 300 Metern schon wieder. 300. Oh mein Gott. 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 Komm schon, komm schon, komm schon, ey. Lass meinen Kameraden frei. Kacke. 402 Meter. Vielleicht schaffe ich es, meinen Rekord zu brechen von 484. Gott. Gott. Hier steht ein verdammter Panzer. Der Sniper. Der Sniper hat mich genommen. Der Sniper ist eigentlich das Einfachste von allen. Ja, er hat mich aber mitten in der Menge genommen, Mann. Oh mein fucking Gott, was ist das denn hier? Raketentürmer. Raketentürmer, Alter. Und, und alles. Und ich bin nur noch alleine, ich kann jetzt gut dodgen. Und wenn ich alleine bin, kann man gut dodzen. Dodzen, dodzen. Nee, Alter, nicht dem Scheiß alles. Shit. Alter, hier stehen Panzer, Clure. Es stehen hier einfach Panzer. Fuck, ich bin tot. Ich bin tot. Mann, war Scholl da stehen. Ich habe keine Ahnung, was das ist, Leute. Aber ich weiß. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Ich schaffe das. Wie viel habe ich denn? Wo steht mein Rekord hier? Oh, Leute, ich habe 572 als Rekord. Jetzt eine Shotgun. 572. Die Shotgun ist OP, Alter. Die hat 600 gekostet. Wir haben noch zwei Minuten, Clure. Noch zwei Minuten. Ja, was? Rego. Rego, Rego, Rego. Da, 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 da. Ich bin voll gerade die Armee, ey. Alter, ich habe eine Shotgun. Hast du auch schon die Shotgun? Nö. Oh mein Gott. Heute, gib mir meine Gruppe. Die Dings ist voll gut, Alter. Die Shotgun. Die, äh. Ersch richtig viel. Ich bin mega die Armee, Alter. Ich habe auch gerade vier Leute hinter mir. Vier Riffel-Typen. Shit. Zeit von meinen Kameraden. Einfach abgejuckelt. Wieder die Sniper-Fotze, Mann. Oh mein Gott. Jetzt habe ich verloren. Ich habe verloren, Mann, Mann. Meine, diese Sniper-Fotze knallt mich immer ab. Lässt dich von den Snipern erheben? Wenn ich so mit einem Getübel bin, glaube ich, irgendein Sniper und knallt mich ab. Und du bist dann halt ja irgendwie von einen Shot bei denen, ey. Naja. Sniper halt, ne? Shit. Alter, Shotgun ist voll gut. Ich habe die OZ immer noch, oder was ist das? Alter, ich habe... Ich habe einfach mal sieben Leute hinter mir, Alter. Hattet dich ja auch gerade. Dann sind da auf einmal zwei, drei Leute auf einmal hintereinander abgejuckelt. Ich bin easy per easy bei 400 Metern, Alter. Ich würde sagen, wenn die Zeit abgelaufen ist, dass wir den Run noch Ende machen. Also den, den man gerade ist. Okay, ja. Aber jetzt wirst du wahrscheinlich in den nächsten Run gehst. Nein, ich bin nur hinten drin, ne? Bei 200 Metern. Alter, läuft diese Runde, läuft! Alter, man, sind die gerade wieder übelselabgejuckelt bei mir. Bei mir auch gerade jetzt, verdammt. Habt man davon, wenn man prallt, ey. Wenn man prallt, kriegt man aufs Maul. Ich habe gerade einen Typenbefahrt, der wurde inside-up geknallt. Shit. Jetzt gibt es noch auf Dodging-Künste, Mann. Dodging, Dodging. Kann ich nur Dodging, Mann. Auch ein Heel. Oh! Wow, war das gerade knapp, Alter. Da kommt so eine Monster-Masse immer raus. Boah, ein Helikopter, was macht der? Was macht der? Der bleibt vor dir immer die ganze Zeit, du musst ihn töten. Was? Der hat mich gerade abgeknallt. Ja, GG. Die Zeit ist jetzt eher rum. Ja, wir sind bei 17. Ja, schon lange, aber ich bin in dem Run noch drin. Ich bin in dem Run noch drin. Deine Regel, Clare. LOL, ich bin durchs Feuer gelaufen. Ich habe 597 Meter geschafft. Hey, der schießt dann... ...one Rocket and two Homing Missiles. Das heißt, der schießt dann mit dem letzten Ding. Kannst du Raketen und Homing Missiles abballern. Shit. Ich könnte jetzt noch Upgraden. Ich könnte mir jetzt noch Automatic Ripple Mans und Marks Mans kaufen und alles. Ja, das ist ja vorbei. Und von Anfang an einen Grenadier mitholen und sowas. Ich habe 590 Meter knapp geschafft. Und du? Ich habe fast 400 geschafft. Oh yeah. Tja, Clare. Ich würde sagen, GG, well played, Clare wieder abgezogen, Leute. Wenn euch die ganze Sache gefallen hat, ich packe den Link für dieses Spiel unten in die Beschreibung rein. Also wenn ihr Bock habt, mehr als knapp 600 Meter in 15 Minuten zu schaffen, dann nur zu, guckt, ob ihr besser seid als ich. Clare ist natürlich schon wieder der Nackt der Nation, hat nur 400 Meter geschafft. Nein, würde ich sagen, wieder mal Punkt für mich. Der Nackt der Nation hat zu feiern den Tag und hat eingespielt. Von wegen, Alter. Ich habe das Spiel kaum gespielt. Ich habe das gefunden, 1, 2 Runden gespielt und gesagt, okay, das nehmen wir damit, das spielen wir gegeneinander. Gut, Leute. Ich würde sagen, wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt einfach der ganzen Sache einen Daumen nach oben, wenn nicht, dann einen Daumen nach unten. Ansonsten schreibt eure Meinung und eure Spiele, die wir gegeneinander spielen sollen, einfach mal in die Kommentare. Würde mich freuen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Hau da rein und tschüss von uns beiden. Bis zum nächsten Mal. 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 Vielen Dank.